Ja, ich hab in die Suppe geschissen! Ich hab aufs Eis geschissen, ich hab aufs Eis geschissen! Hallo meine lieben Gnulis und willkommen zu einem neuen, etwas eigenartigen Game, welches mir aber empfohlen worden ist und zwar There's Poop in my Soup. Und ich dachte mir, da ich auf verrückte Spiele stehe, muss ich dieses Spiel ausprobieren. Ich hoffe, dass es sich auch gelohnt hat. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ich bin wirklich gespannt, was dieser Titel so verspricht und ob er das auch einhält, was er sagt. Und dann legen wir doch mal los. Was zur Hölle sind das für komische Wesen? Ah, ich kann mich da oben bewegen. Alles klar. Kann ich dem jetzt... Wie die aussehen, ey! Geil, ey! Okay, okay. Was ist die Aufgabe? To poopless. Dann gucken wir doch mal da drauf. Creamy Delight. Iii, das muss ich alles ankacken. Poop in the soups. Iii, okay. Aber ich würde sagen... Ist das eklig, Leute. Wartet, ich muss den aufs Eis kacken, glaube ich. Ah, nein! Nein! Der Haufen wird immer größer. Jetzt aber. Scheiße! Das ist gar nicht leicht, den zu treffen. Ja, der macht immer den Kopf ganz selten hoch. Ich würde sagen, jetzt kacke ich. Komm, 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 komm! Ah, scheiße, Leute. Ich habe direkt schon verloren. Geil. Dann kann ich denen die Suppe pupsen. Ist gar nicht so einfach. Jetzt aber. Komm, schnell, komm, schnell! Ah, scheiße! Da ist ja volles Timing gefragt, Leute. Das ist ja echt nicht leicht. Kann ich da reinkacken? Vor allem, wo kommt denn die Kacke bei dem raus aus dem Maul? Yeah! Was gibt es denn noch zu erledigen? Was muss ich noch machen? Muss ich den Fahrradfahrer anfurzen vielleicht? Es ist wirklich ein sehr seltsames Spiel, aber es erfordert wirklich Treff... Oh, nochmal. Muss wirklich zielgenau sein. Ich will in diese Suppe kacken, Leute. Egal, was passiert. Es wird... Es muss in die Suppe geschissen werden. Komm, 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 hoch! Ja! Ich habe in die Suppe geschissen! Ha! Oh, den hat es jetzt weggehauen. Ich will auf das Eis scheißen, Leute. Ich bin nicht pervers oder so, aber... Ich fühle mich dazu verpflichtet, dies zu tun. Dann gucken wir mal, ob ich das Eis treffe. Das ist schwierig. Das Eis zu treffen ist wirklich äußerst... Das muss schon äußerst perfekt geschissen werden. Wisst ihr, Leute, im echten Leben... Da muss man immer auf die Toilette gehen. In diesem Spiel könnt ihr einfach hinscheißen, wo ihr wollt. Komm, 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 komm! Ja, Leute! Ich habe aufs Eis geschissen! Ich habe aufs Eis geschissen! Ich habe aufs Eis geschissen! Und jetzt scheiße ich das Kind an! Nein, das treffe ich nicht mehr! Oh, scheiße, ich habe die Mutter angeschissen! Egal! Ich scheiße jetzt auf den Typen! Ich scheiße jetzt auf den Typen! Ich scheiße jetzt auf... Hups! Ich habe der Frau auf den Kopf geschissen! Und jetzt kann ich jetzt ins... Ins... Ich kann doch nicht ernsthaft ein Kind ankacken! Leute, ich weiß gerade gar nicht, was ich mache, aber... Ähm, ich glaube, es ist moralisch echt nicht in Ordnung. In ein... Ich habe in einen Kinderwagen geschissen! Ich habe in einen Kinderwagen geschissen! Ich glaube, das ist moralisch... Ih, der frisst die Scheiße! Leute, ich schäme mich, dass ich so ein Spiel spiele! Aber, ähm... Es gibt sogar noch mehr Runden! Ich habe in die, 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 die... Ich habe die Frau angeschissen! Ich werde den Typen anscheißen! Auf dem Fahrrad hierher! Leute, ich bin voll gut im Scheißen, ey! Oh, Mann, ey! Schade! Leute, ihr müsst echt aufpassen auf der Gamescom, ne? Also, wenn ihr mich trefft, dann... Äh, Vorsicht! Lasst eure Suppen und euer Eis nicht... ...aus dem... ...Augen! Also, ich finde es wirklich moralisch verwerflich, dass ich in den Kinderwagen scheißen kann! Ähm, ich glaube, das ist sogar schon die nächste Runde! Das finde ich wirklich sehr verwerflich! Aber ich versuche es trotzdem, weil es ist ein Spiel! Und wenn ich es im Spiel machen darf, dann lebe ich diese kranke... ...Ding auch aus! Und die Frau kann ich auf den Kopf kacken! Ey, Leute, das Spiel ist echt... ...was kriminell! Ey, guck mal, der frisst anscheinend ne Suppe, aber irgendwie tut er es doch nicht! Leute, das Spiel ist wirklich schon kriminell, muss ich sagen! Komm, den Fahrradfahrer scheißen wir aber noch an! Den treffe ich! Ja, 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 ja! Ih, die Scheiße kommt hoch! Oh, scheiße! Wortwörtlich! Yeah, Leute, die Musik fängt wieder an! So, komm, wir scheißen der Mutter auf den Kopf! Und der auch! Komm, ich kack dir auf den Kopf! Oh, scheiße, Mann, Leute! Mit der Musik geht es einem richtig gut! Komm, wir kacken nochmal auf das Eis! Oh, scheiße! Ice Cream! Komm, den Alten! Wir kacken den Dunkelhäutigen mal an! Scheiße! Ey, das ist so eklig, das Spiel! Weil die Viecher auch so widerlich aussehen! Aber, Leute, es tut mir leid! Mir gefallen solche Spiele! Ich gebe dafür gern mein Geld aus! Komm, wir scheißen der jetzt auf den Schirm! Das wollte ich vorhin schon schaffen! Ey, es gibt es doch nicht! Komm, dann kacken wir die aber an jetzt! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm! Die muss ich einmal treffen, Leute! Das gibt es doch nicht! Ich glaube, es gibt Punkte! Umso weiter man hinten ist, umso besser wird es bewertet! Komm, den aber! Los, los, los! Oh, ey, gibt es doch nicht! So, den aber! Komm, komm, komm! Ach, scheiße! Tja, die Mütter, die sind langsam! Den kann ich gut auf den Kopf kacken! Oder dem! Jetzt kommt wieder die geile Musik! Oh, da sind aber viele unterwegs hier! Das ist... Und komm, wir kacken nochmal in die Suppe, Leute! Komm, Kopf hoch! Ach, scheiße! Okay, komm, den kacken wir noch an! Das schaffen wir! Und drücken! Ah, nee, es war zu spät! Doch, ich hab's geschafft! Ich hab die Suppe geschissen! Komm, wir kacken jetzt noch dem Kind aufs Eis! Dann bin ich der Pro! Oh, shit, Mann! Oh, Leute! Ich find die Musik doch so toll! Die spornt einen richtig an! Komm, das Kind, da müssen wir nochmal in den Becher reinkacken! Ich muss das erstmal anvisieren, dass ich dann auch treffe! Aber ich find's schon echt wirklich krank, dass der das auch isst! Aber der ist ja traurig! Bin ich vielleicht doch jemand, der Eis macht und es sieht nur so aus wie Kacke? Komm, Kopf hoch! Oh, komm, Leute! Könnte das eventuell sein? Ah, scheiße! Kann ich mir das vielleicht so erklären, dass es moralisch nicht allzu verwerflich ist für mich? Bring das was, wenn ich auf die Toten hier kacke? Ihh, ich kann die ganze Zeit auf die draufscheißen! Das ist ekelhaft! So, Leute! Das war's so vielmal von There's poop in my soup! There's poop in Gnulli's soup! Ich hoffe, euch hat's gefallen! Ihr könnt das Spiel für einen Euro in Steam erwerben! Unten ist der Link! Schaut's euch mal an! Ist wirklich ein cooles Game! Witzig! Und man kann sogar mehr Levels kommen! Mich hat's wirklich sehr amüsiert! Ich hab jetzt, glaube ich, insgesamt eine Dreiviertelstunde gespielt! Ich musste das so runterkürzen! Macht echt Spaß! Tut mir leid! Mir gefallen solche Krankenspiele einfach! Und davon wird's auch noch mehr geben! Nicht in dieser Form, aber anderer! Und dann sag ich danke fürs Zuschauen, meine Gnulli's! Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche! Und wie gesagt, für alle, die schon mal auf Leute scheißen wollten und auf die Straße, ist dieses Spiel wirklich perfekt! Hier könnt ihr euren Trieben freien Lauf lassen! Ich sag danke fürs Zuschauen, meine Gnulli's! Und ich sage Ade mit E! Waschi!